Ja, und da sind wir auch schon wieder, Leute, mit Harvest Moon. Ähm, ja, wir reißen jetzt erstmal ein paar Büsche aus. Ich mag die Steine später machen, ich werde mich danach ums Holz kümmern. Und dann werde ich mich um die Steine kümmern, sodass ich hier genügend Platz habe für später irgendwann. Oh Gott, Leute, was habe ich mir für ein Spiel angelacht? Wohl, ja, ähm, als so Abwechslung ist es ja nicht schlecht, aber, hm. Ja, ich habe heute Viren zu verkaufen. Tut mir leid, bis morgen. Vielleicht solltet ihr auch mal wieder in die Stadt fahren? Mal gucken. Na komm, dann mal Ende für heute. Gras brauchen wir ja nicht jäten oder sonst irgendwas derzeit. Hm, dann gehen wir ins Bett schieren. Hm, nein. Ich gehe jetzt ins Bett, ich habe noch etwas zu hören. Ich gehe ins Bett. So, ähm, ja. Sonnenabend, ja, ich glaube, heute hat die Kneipe auf. Kommst du mit? Wir gehen eine Runde Kneipen. Heute mache ich mir einen schönen Tag. Mit meinem Hund. In die Stadt. Zur Stadt. In die Berge. Ich will in die Stadt. Dum 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 dum. Ja, ähm, gucken wir mal hier. Oh, da ist ein Kind. Mein Onkel mag dich. Hier werde ich sicher noch gute Freunde. Klar. Ehrlich, toll. Entschuldige, wenn er manchmal ein wenig aufdringlich ist. Das hat er von seiner Mutter. Okay. Gut zu wissen. Komm schon rein da. Heute geschlossen. Oh, okay. Ah, ja. Kein Wunder, ist ja auch Sonntag. Wir öffnen den Nächst. Okay. Ja, für mich gibt es in der Stadt nicht viel zu tun. Schnell raus hier. Schreckliche Musik. Ah, Hilfe. Hund, komm mit. Wir gehen hier ganz schnell. Wir gehen in die Berge mal eine Runde. Also in die Richtung. Mal ein bisschen rumgucken. Da ist jemand. Hier sind ganz viele Leute. Ach, du bist der Neuankönig. Ein echter Faber. Recht ungewöhnlich. Für so einen jungen Burschen. Hm, okay. Wir sind Zimmermänner. Komm zu uns, wenn du ein Haus vergrößern möchtest. Oh. Geilo. Für den Ausbau deines Hauses benötigst du eine Menge Holz. Du fängst am besten gleich eine Pistole zu hacken. Wirf einen Blick auf das Schild neben dem Haus. Okay. Was, du bist der Hüter der großen Farm? Bin gespannt, ob du es schaffen wirst. Ihr jungen Männer seid heutzutage so fleißig. Joa. Alter Mann. Also egal, was hier ist, aber es sieht interessant aus. Hm. Oh, da ist wieder so ein Apfel. Da ist eine Frau. Nicht eine Blume. Ich liebe auch Kräuter und Gemüse. Dein Gemüsegarten wäre bei mir in den besten Händen. Okay. Achtung, Einschutzgefahr. Oh. Klingt gefährlich, aber egal. Hm. Was ist das? Egal. Kaputt machen. Einfach kaputt machen. Hm. Naja. Hier ist nichts. Dum, 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 dum. Na, gucken wir mal weiter. Ja. Ja. Interessant. Oh, da ist eine Weere. Das sind Weintrauben. Essen. Nom, 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 nom. Lecker. Weintrauben. Nom, 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 nom. Ja. Weiter. Hier sind noch mehr Weintrauben. Was ist das denn? Eine Blume. Da ist ein Weintraub. Nom, 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 nom. Nochmal Weintrauben essen. Nom, 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 nom. So, hast du schon von der Wunderbeere gehört? Sie frischt deine Kraftwehen ein wenig auf. Okay. Weintrauben. Da war noch mehr Weintrauben. Hom, nom, nom. Da sind Weintrauben. Hom, nom, nom, nom. Essen. Hom, nom, nom, nom. Essen, essen, essen. Zur Bergspitze. Gehen wir hier hoch. Wow. Schön. Schöne Aussicht. Ja. Okay. Gut zu wissen. Wieder runter. So, ähm, ja. Und Weintrauben habe ich jetzt erstmal genug. Hier runter. Ähm. Ist es nicht ein Zufall, dass wir uns hier treffen? Ganz sicher. Hihihi. Okay. Ähm. Kann man hier schwimmen oder was ist das? Oh, eine kleine Kabine. Yay. Mal eine Runde entspannen. Hm. Tut das gut. Ja. Hm. Hm. Oh, jetzt wird's kalt. Wir gehen raus. Zack. Wir gehen wieder nach Hause. Drop. So, was ist hier? Ja. Haus, jetzt haben wir meine Augen um. Umwandlung zu geschlossen. Geschlossen. Okay. So, Hundi. Wir gehen. Wir gehen nach Hause. Es ist dunkel. Einmal kurz zum Gras gucken. No, hat sich noch nichts getan. Okay. Das ist ein Schild. Da hab ich gerade gesagt, soll ich mal hingucken. Okay. Hm. Soll ich vor dem Schlafen in meinen Tagobus schreiben? Nein. Ich geh jetzt ins Bett. Nomnomnom. Lecker Weintrauben. So, heute soll ein schöner Tag werden, hat er gesagt. Joa, was machen wir dann? Hm, was sagt denn das Gras? Hat sich noch nichts getan. Okay. So. Zugeteiltes Land für den Anbau des Hauses. Benötigt jetzt manchmal 250 Stück. Wie viel haben wir? 16. Wow. So, ich werd mich aber nochmal in die Stadt umgucken. Weil ich wollte eigentlich ein bisschen Saatgut kaufen. Ein bisschen Gold hab ich ja noch. Hm. So. Heute geschlossen ist es Montag. Warum hat der Laden zu? Okay. Hm. Gucken wir mal hier. Wieso haben die Läden alle zu? Hallo? Oh, das ist der alte Mann. Na, legen deine Hühnerflasche. Äh, setzt sie in den Hühnerflaschen hinter sie. Jeden Tag sie legen. Drei Tage lang. Keine Eier sonst. Hört's werfen. Hallo? Na, dann halt nicht. Gummere ich mich weiter auf meinem Rasen. Schnell raus, die Musik wird schrecklich. Ah! Glück gehabt. Puh. So, ähm. Was hab ich denn mit? Na, nichts. So, ich hol mir jetzt ein bisschen die Axt und fäll noch ein paar Bäume. Dich nehm ich auch mit. Nein, dich nehm ich noch mit. Danke. Wahaha. So, ähm. Zack. Hau, hau, hau zu. Hau zu. Essen. Und weiterhauen. Yeah, kleingekriegt. Und hacken. 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 Hahahaha. Okay, weiterhauen. Hm, hm, hm. Da ist was zum Hacken. Okay. Hacken. So, und da hinten ist unser letzter Baumstabe. Zum Hacken. Oh, das drängt an. Das drängt an. Okay. So, ähm. Ja. Ah, finden wir noch einen. Den wir noch schnell machen können. Ja, da. Gut. Machen wir den noch eben ganz schnell. Okay. Ja, das war's dann. Ja, super. Dann werde ich jetzt wieder in mein Bettchen gehen. Und euch auf Wiedersehen sagen, Leute. Ja, das war's für heute schon wieder mit Harvest Moon. Und eurem Ryukran. Ich würde sagen, haltet immer schön die Hände über den Bettdecker. Ähm. Nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Harvest Moon. Mit eurem Ryukran. Auf Wiedersehen, Leute. Ja, das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.